Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss die kleine Brüder ankommen. Ich muss die kleine Brüder ankommen. Ich möchte nicht nur die Brüder ankommen, so wie sie es ausgehen. Ich möchte die Brüder ankommen. Guck mal! Das ist ja gut. Und ich muss die Brüder ankommen. Ich hab's einen Kaffee! Ich hab's einen Kaffee! Okay! Ich hab's einen Kaffee! Ich bin mal hier! Schau sie mir dann aus oder wie? Ein Kissen oder so gut, dass du ihn verkaufen kannst. Verstoffe oder so? Ich hab's einen Kaffee mit! Ich hab's einen Kaffee! Ich hab's einen Kaffee! Ich hab's einen Kaffee! Ich hab's einen Kaffee! Ein Kaffee! Ein Kaffee! Wo ist es? Okay! Ich hab's einen Kaffee! Ich hab's einen Kaffee! Schau sie mir dann aus oder wie? Ein Kissen oder so gut, dass du ihn kaufst! Ein Kaffee! Kann man von der Kaffee? Gerade wie geht's? Geschwister! Guck mal! Schlaf, warte mal! Schlaf, warte mal, was noch einmal, was? Schlaf, warte mal, warte mal! Lass dich, warte mal, was hast du, warte mal. Aua, warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Lass mich, warte mal, warte mal. Ich geh da mal hier. Hör verkauf! Guckst du dir die dann aus, oder wie? Ach, kissen, oder so gut, dass du dir mal kaufst und verstofflst. Hm, 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 harte mal, ne? Ach, wie kuckst du mir ein? Ach, das geht ja auch. So. Hör mal, komm, 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 komm. Okay. Ja, du hast das, 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 du hast das. Dann komm, ich geh da mal hier. Dann verkauf. Guckst du dir die gerne aus oder wie? So gut, dass du dir mal kaufen kannst und verstoffen oder so. Ähm, hm, hm. Ach, du kippst doch nicht. Du hast das, du hast das, du hast das, du hast das. Du hast das, du hast das, du hast das, du hast das, du hast das. Dann verkauf. Mach mal, mach mal. Okay. Hör mal, komm. Okay. Ja, du hast das, du hast das, du hast das, du hast das, du hast das. Ja, verkauf. Guckst du dir die gerne aus oder wie? Oh, tissen oder so gut, dass du dir mal kaufen kannst und verstoffen oder so. Ähm, hm. Du hast das, du hast das und nicht, hm. Ach, du kippst doch nicht! Nein. Deswegen was, das geht ja auch. So. Okay. Guckst du die gerne aus oder wie? Ein Kissen oder so gut, dass du die in der Kaffee kannst und verstoffen oder so. Ähm. Mhm. Ich hab mich am Falle gemacht. Ja. Ach. Nein. Deswegen was, das geht ja auch. So. Ja. Guckst du die gerne aus oder wie? Echt? Guckst du die gerne aus oder wie? Guckst du die gerne aus oder wie? No, einen Rekauf? Ein Kissen oder der Kissen oder so. Das ist schon gut, dass du die in der Kaffee kannst und verstoffen oder so. Ja. Ich hab mich am Falle gemacht. Ja. Die kippst du im Arm. Guckst du die gerne aus oder wie? Echt, ja? Guckst du die gerne aus oder wie? Okay. 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 Guckst du die dann aus oder wie? Ein Kissen oder so gut, dass du die mal kaufen kannst. Verstoffe oder so. Ja. Okay. Guckst du die dann aus oder wie? Und dann halt so gut, dass du die mal kaufen kannst und verstoffe. Ja. Guckst du die dann aus oder wie? Ja. Guckst du die dann aus oder wie? Ein Kissen oder so gut, dass du die mal kaufen kannst und verstoffe oder so. Guckst du nicht? Ach, die Küche versuchern nein. Guckst du die dann aus oder wie? Sollte ich hier. Ich hab's mal kurz. Ich hab's mal kurz. Ich hab's mal kurz. Häm? 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 Ah, warte, bitte. Ja, dann muss ich hier. Häm? Guckst du die lange aus oder wie? Echt, kissen? Oder, so gut, dass du dir mal kaufen kannst. Verstoffe oder so? Häm? Häm, hab ich anfehlend, nicht? Ja. Ach, sie kippt's. Nein? Okay, die hinterher geht ja auch. Guck mal kurz. Häm? Geht's nochmal? Ich spreche jetzt mal ein bisschen. Baut ich nicht so viel. Okay. Hör mal den Herd! Ich bitte mal hier verkauf! Guckst du die leider raus oder wie? Ja, ein Pissen oder so gut, dass du dir mal kaufen kannst. Und was für Stoffe oder so? Ja, eigentlich nicht? Ach, jetzt kommt es zu mir. Ich gucke mal, bitte raus. Hör mal den Herd! Ich will die Kaffee kaufen. Ich will die Kaffee kaufen. Okay. Ich will die Kaffee kaufen. Ich will die Kaffee kaufen. Guckst du die wieder aus? Echt Kissen oder so gut, dass du die in der Kaffee kaufen kannst? Verstoffe oder so?